So, jetzt. Okay Leute, das Stream ist gerade abgekackt, wir haben den jetzt aber nochmal neu gestartet. Okay, so, jetzt läuft der Stream, perfekt. Jetzt muss der Leistung auch mehr geben, ne? Okay. 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 So, ich hab keine Ahnung. Okay. Okay, anscheinend sind wir jetzt. Okay, wir sind jetzt wieder live. Okay. Okay, so, jetzt sind wir live. Okay. Ich dachte gerade, der hat den Ball da reingehauen. So, der Stream war gerade offline, sorry Leute. Aber wir haben jetzt noch eingefallen. Was ihr unbedingt gemacht? Ja. Push it mit der Film, wenn jemand dann streamt und dann streamt und ein Video morgen auflöscht Wie lange machst du heute? Ich habe es zu dir mit dem Wort So, Jordan ist jetzt da, Alter, einfach Ich wollte euch Englisch davon nicht sagen, aber, weil ihr meint Ok Ja, wir stehen irgendwie 17.12 oder so 17.3, ja 17.3 Ich habe ja gestern reingeguckt, dann war ich um 4 Uhr bei Eli Ich habe von 2 bis 4 übernommen Eli hat auf der Couch gechillt und ich habe 2 Stunden übernommen Ich bin immer noch müde, weil ich war wie gesagt bei Eli und danach dann um 4 Uhr bin ich ja noch im Gym Hey, Jordan, äh, Profispieler, hä? Profispieler bei Dings Hey, das ist Jordan Wechseln wir jetzt mal einkommen John, wie ernst guckt er da bitte? Alter, wenn er so um sein Leben zu hätten würde Ich habe ja noch ein paar heures Das sind eigentlich schon 64. Hä, ich hab ein Viereck und ein X gedrückt. Aber der hat mich noch hängt mit so einem... Ich mach's so, Leute. Er spielt den nach da. Ja. Hast du endlich auch deinen Backup bekommen? Ja. Das war vor 2 Wochen schon fertig. Aber ich hab's mir auch den Job geholt. Wie wenn du deine WL Rewards anlegen lässt. Wie viel bekommst du? 3 Packs und 11k bekomm ich. 2 9 9 9 10 10 Folgt mir jetzt endlich auf Insta und dann verpasst ihr auch nichts mehr. Aus meinem Leben, weil die Stream starten und dann könnt ihr immer vorbeischauen. Wann geht Eli eigentlich um meine vierte Stunde? So um 12 Uhr immer. Morgens also. So immer wenn ich streame, so über den Tag, dann geht Eli in den Fitnessstudio. Und wenn er so gegen zwei Uhr dann streame, dann gehe ich in den Fitnessstudio. Aber das ist einfach so ausgelegt. Wir passen und wir müssen uns ja auch auf den Stream anpassen. Das heißt, sagen wir mal, ich bin bei Magis und ich könnte an, dass ich um 15.30 Uhr streame, dann kann ich nicht um 15.20 Uhr zum Magis gehen. Also, ja, weißt du was ich meine? Ach, das war's schon, Lul. Ah Leute, jetzt kommen nur noch die Boards. Alle Pros haben schon die WL durch. Wir gucken mal ganz kurz. Brauchen die Team Fitness? Da hat keiner mehr Grün. Also, jetzt Sie sehen. Das fühlen sich gerade ständig müde. Leute, meine Lippen sind eingetrocknet. Haha, damit liegt die Peach. Da wird Dir im Chat superintendent Mengen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh mein Gott, Kevin Trapp, du Legende. Oh mein Gott, Kevin Trapp ist so eine Legende. Hat schon seine 90er-Karte. Okay. Okay. So, let's go. So, let's go. Okay. 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 Welche Farben ist denn OBS? Ich finde alle Farben schlecht außer weiß, ja find ich auch, also dieses braune so feiere ich gar nicht, für mich war es schon aus, also so braun, warte mal was gibt es denn alles? Für alle die nicht wissen was OBS ist, OBS ist das Streamingprogramm wo man drüber streamt. Also es gibt einmal, da hab ich mein OBS aufkommen. Es gibt einmal sowas hier, muss einmal schwarz, ja klar. Aber schwarz, ne, das fähig gar nicht. Obwohl es geht, es schwarz geht. Leute wir machen jetzt mal, dann gibt es halt noch weiß, ne. Guck, wir machen mal, ja, wir machen mal schwarz, das ist auch angenehm für meine Augen. Zack. Okay Leute, mein OBS ist jetzt auf schwarz. Schwarz geht klar. Schwarz, schwarz, schwarz. Ja, easy. Wo bist du eSportler? Weil er hat aber das Ding da oben. Ach komm schon, da folgt auf jeden Fall mir auf und so ein Jordan auch. Jordan heißt, Moment, ich weiß seinen Namen. Jordan Menni. Das ist Jordan. Jordan Menni. Jordan Menni. Jordan Menni. Jordan Menni. jetzt so was geht alles gut bei mir Hey, bei mir ist alles gut Ich bin grad am WL-Schützen hier Wie ist das? Bei dir Bei dir, da wird sowieso Standard Stehen der WL 29.0 Ach Gott Das kenn ich Oh Gott Wir versuchen nächstes Wochenende auch mal 30.0 zu holen Beim 24.0 Beim 4.0 Show und Stream Versuchen wir auch mal Ein geiles 30.0 rauszuholen Sag mal, ist das ein Sonntag? Das ist ein Sonntag, glaub ich Also Da gucken wir mal ganz kurz Okay, also 5.1. 5.1. Kalender 5.1. Das ist ein Sonntag, ja Loll Müssen aber so reinschwitzen, ne? Weil, egal, scheiß Doch Ja, ich zocke das ganze Wochenende Da kann ich nicht sagen Das werden dann das ganze Wochenende Wahrscheinlich am Freitag wird dann so ein Keine Ahnung, irgend so ein Food Champions Stream kommen Samstag wird dann kein Stream kommen Und Sonntag kommt dann halt der 14 Stunden Stream Mit Ne, Jordan ist nicht dabei, ne? Du bist gar nicht dabei Du bist gar nicht dabei Ja, Sintner hat nämlich, ähm Jordan hat nämlich Training Du hast Training, ne? Ja Es wird aber nachher nochmal als Bild geforscht auf Insta Also A Go Tit A Go Fit Ato Buse watermelon A Go Fit Ata Buse A Å Oh, hey! Alter, BSC! Ah, Junge, das ist doch zu funny! Wird auf den Gamescom, ne? Wollen wir nicht? Ich guck mal ganz kurz bei Hertha... Gamescom Gitarren, keine Sorge! Rater BSC! Rater BSC! Und jetzt alles zur Namen! HAHOHEE! Rater BSC! Ahohohe! Rater BSC! Ahohohe! Rater BSC! Das war so funny, Alter! Es schminkt nicht richtig. Jahohohe! Rater BSC! Das war so funny, Alter! Ich hab mir so einen Nachkick geschoben, ne? Oh Junge, war das funny und ich stehe da so und Eli steht da so mit diesem Headset Das war gerade ein Gegentor, das ist jetzt scheiße Ich bin schon happy auf die nächste Gamescom Gehst du gerne auf die Gamescom? Ja. Und nächste Gamescom können wir übrigens treffen. Ich habe da Meet & Greet Stunden. Also Autogramm Stunden und Fotos und Autogramm Stunden. Gibt dann so ein härter Stand. Neben mir sitzen dann Eli und Tom. Das ist so ein Dreiertisch und gegenüber sitzt dann nochmal Dings. Gegenüber sitzt dann der Edda. Und der Dings. Hier ist eure Idee. Es gibt jetzt im Onlineshop einen realifizierten Hertha BSC Controller. Ich habe es euch. Der ist mega cool Freunde. Zweit ab und lasst ihn an. Hallo. Es gibt ab jetzt ein härter BSC Dings. Es gibt ab heute so ein härter BSC Controller. Könnt ihr euch im Shop holen. Also ihr könnt da auf kurz eingeben. Gebt da den Code Alessio BSC ein. Alessio BSC ein oder bekommt ihr nochmal 10% Rabatt auf den Controller. Oder ihr gibt halt Eli BSC. Den YouTuber, den ihr halt wollt, nimmt den vorne. Also bei Eli ist es. Einmal beim YouTube. Beim YouTube. Nehmt ihr aber den Namen. Also Eli BSC. Alessio BSC. Adam BSC. Tom BSC. Und Niklas BSC. Ihr könnt einen Code verwenden. Damit werden wir auch noch gesponsert. Das heißt, ich kriege dann von Gold noch, wenn ihr über meinen Code dann den Controller kauft. Aber nehmt natürlich auch gerne einen anderen Code. Wenn ihr euch wieder wechseln, ne? Was versuche ich im FIFA 20 mit Kopfball? Das ist unmöglich, Kopfball in FIFA 20. Keiner Fußballer. Ne, nur E-Sportler. Also zum Beispiel, wenn ihr dann Jordan BSC eingibt, das geht nicht. Und dann ab und er wird euch, um bei euch, um den Kasten losz. Also zum Beispiel, wenn ihr dann auch erstmaliger oder? Und dann an die BRAB. Und dann habe ich einen Balliker in das Spiel. Und dann geht euch die Vorreibe. Und dann geht euch das bei euch durch. Und dann geht euch das für ein paar Sparseitek. Und dann geht euch das bei euch wieder. Und dann geht euch das. Ich bin nach. Und dann geht euch das. Und dann geht euch das. Wann öffnest du die Wards morgen, denk ich mal, oder heute nur mal gucken, also die FK holen wir uns auf jeden Fall heute noch und dann mal gucken, was wir mit den Coins machen, ich braue auf jeden Fall die Coins und ich spare dann auch wie so ein Joshua Kimmich oder sowas. Ich glaube wir haben dann so 17K oder so, mal gucken, keine Ahnung. Ach, was machen die denn da? Ach, weißt du was, wir öffnen heute noch die Rewards. Wir öffnen heute noch die Rewards. Mal gucken, wir gucken mal wie es so mit der Zeit reinhaut. Einen ist es nicht mehr so. ist vorbei wir haben jetzt 22 spiele zu einem spiel ich versuche jetzt mal nochmal zwei games auszuholen ja machbar Der geht auch gleich. Leute, wir werden es so mal mit dem Züchter. Der wird zwei Hälften aufgeteilt, weil der ist dann auf YouTube nicht mehr aufrufbar. Wir werden den in sieben Stunden Teile abtrennen. Einmal Teil 1 und einmal Teil 2. Aber Eli wird der Hauptgast sein. Also Eli wird die ganze Zeit dabei sein. Also der Stream wird bei Sydney gemacht. Und ja. Und ja. Der Stream wird bei Sydney gemacht. Ist er drin? Ja. Okay. Aber ich hätte halt 30k bekommen. Ich bin halt so runtergerutscht. Warum packst du die Weekend-League nicht zu Ende? Warum packst du die Weekend-League nicht zu Ende? Ehm. Ehm. Weekend-League nicht zu Ende? Ehm. 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 So kann ich jetzt die Streams immer durchführen. zalma Fortnite habe ich nicht? Ehm. Das wieder mal Fortnite. campo. Und auch Fortnite habe ich gesorgt. Absatz, das ist so klar. Das ist so klar. Wo ist der Hertha-BC-Controller? Der ist bei mir in der Hertha-Zentrale. Das kommt jetzt schlecht, der Typ. Der Typ soll er noch, keine Ahnung, mal gucken. Dankeschön. LOL. 25 Euro. Absolut nicht nötig. Aber Dankeschön, Hertha-BC-Fan für deine 25 Euro. Was ist Benji? Aufmerksamkeit. Was ist Benji? Ja, Benji könnte ich auch mal holen. Ja. Mal gucken, ob der beim 14 Stunden bisschen vorbeikommt. Mal gucken, mal gucken. Fuck. Schreibt mal in den Chat, ob man die Regen-League-Anzeige, ob man es versteht, wenn der Amazon 19-3 steht. und es Sonntag ist. Versteht man das dann? Ich denke schon, oder? Ja. Wenn man sich andersweise mit FIFA auskennt, müsste man zwischen... Ja, 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 ja. Naja. Ja, okay. Das ist ein bisschen unerklärt. Ja, okay. Ja, verstehe ich. Wenn er das Food-Champions-Zeichen wäre, würde ich es verstehen. Okay. Ja, ja. Nein, nein, nein. Was ist das? Ja, 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 also... Diese Anzeige ist für die Weekend-League. Ich erkläre es jetzt einmal. Diese Anzeige ist für die Weekend-League. So stehe ich gerade in der Weekend-League, 19-3. Es gibt 30 Spiele in der Weekend-League, also 22 habe ich im Moment. Also ich hätte noch 8 Spiele vor mir, aber dadurch, dass die Weekend-League nur noch 27 Minuten geht, packst du wahrscheinlich nur noch 2 Spiele. Aber nächste Woche gibt es dann einen 14-Stunden-Stream. Von 10 bis 0 Uhr. Edi ist dabei, Sidney ist dabei, Jordan ist dabei. Und Benji, wenn du lustest, kannst du ja auch mal vorbeigucken. Du weißt ja, wo Sidney wird, ne? Also Elie ist auf jeden Fall dabei, Sidney auch auf jeden Fall. Aber Jordan, der wird kurz vorbeigucken. Der ist eine Stunde oder so, mal gucken. Warum nur 14 Stunden? Äh. Weil 24 Stunden streamen, da musste ich schon die eine Minute knacken, ja? Sagen wir es nur so. Nein, dann tue ich mir Spaß. Irgendwann gibt es auch um 24 Stunden streamen. Boah, was macht der denn da? Kann der nicht mal quitten, Alter? Da steht 3-0. Wenn der jetzt quitten würde, würde ich sogar noch 3 Games hinbekommen. Was heißt 3 Games? 2 Games. Also mit dem Game 2. Dann würden wir... 1, 22, 3. Dann würden wir 25 Spiele packen. Und ich denke, wir packen nur noch 1. Deswegen wird es dann... Also nach dem... Ich denke, es wird 21, 3 ausgehen. Diese WL. Letztes Wochenende hatten wir 22, 0. Ja. Ja. Wie heißt der Stream? Das steht doch in der Ohren oder? Aber der Stream heißt, wie bei 20 Doppelpunkt, WL plus Rewards abholen mit Jordan. Torunira. Nein. Torunari. Tonuraria. Der Nachnamen, der triggert mich, ne? Sidney, so richtig easy, so Friede und dann so Tonuraria. Ist Jordan Deutscher. Er sieht nicht so aus. Highshake NoFront. Ja, Jordan ist Deutscher. Nicht rassistisch hier werden. Guck mal Insta. Moment. Das ist ich. Lässt die Kamera aus. Okay, das ist mein neuer Follower. Dankeschön Julia18 für dein Follower. Dankeschön Rockaboys für dein Follower. Und dankeschön Bierhaus für dein Follower. Danke. Danke. Vielen Dank. Wir machen dann auch gleich den Post für Instagram wie Weekend League ausgegangen ist. Normal so sonntags so 1, 2 Uhr zog ich nicht mehr. Okay. 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 Naja, du hast nicht postet. Eh? Äh... Ja, pass ich einmal nicht auf, naja. Der Kling ist so... Schmutz. Ich schleck jetzt hier hinten rum. Eine Zeit geht runter. Haben wir schon dreimal so viel? Ich spiele jetzt so zu Ende kommen, Scheiße. So. Noch mal 4-1 rein zu Ende. Ist mir so Karma, ne? Warum gehört es dem Team? Ich dachte, du bist härter. Keine Ahnung. Das hat sich so ergeben. Aber wir spielen den Ballet nach hinten. Ja. 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 Ja, wir spielen den Ballet nach hinten. Ja. Ja, wir spielen den Ballet nach hinten. Und wir spielen den Ballet nach hinten. du warst du mit OBS OBS Studio, ja die neueste Version was ist los 18 Minuten noch Leute was hat denn der oh hat der Oberkörper das tut weh ein 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 Die wollen schlachsen Ihr habt gelaufen Leute Ach komm, sucht dort einen Gegner Guck mal, das war das EA Sports Was machen die denn jetzt? Gib mir jetzt mal ein Game Und was die Woche wichtig ist vor Ort, nee aber nie zu Woche ist mit 14 Stunden Stream Und was three Ich hab noch einen Moment Und was die Woche wird da oben Und was die Woche addiert schon mal Und was die Woche centralized tun Und was die Woche ist mit unserer unten Leute, wenn mein Stream nicht abgekackt wäre, hätten wir schon die Stunde und einen Stream nicht abgekackt. Keine Ahnung, Leute, was da los war. Mein PC war wahrscheinlich schon in den Sparen gelaufen. Frottet nicht gleich. Keine Musik. Welche Plan ist das? Bei Spotify. FIFA 20 Soundtrick hab ich immer eingeben. Ich hab noch FIFA 20 so. Ihr kennt ja diese Musik, die als Standard läuft. Die als Standard läuft, wenn ihr in FIFA so rumschillt in der Lobby. Und da sind halt die ganzen Sounds darüber. Wenn man es so sieht, ist morgen ein neues Jahr. Ja. Na, überall. Ja. Ja. Kann man so sehen. In 14... Ja, okay. Ich versteh deine Logik. Äh, in 14 Minuten ist ja 0 Uhr und dann ist ja der 30ste. Und er meinte halt, dann einen Tag halt noch und dann haben wir den 31 und 0 Uhr ist ja eh neues Jahr. Also da... Ja, ich check deine Logik. Okay. Gibt's vom nächsten Jahr nochmal... Ja, morgen. Wie qualifiziert man für die Vulcan League? Äh, du musst du Original World spielen. Das sind 10 Spiele. Und du musst über die Hälfte der Spiele gewinnen. Dann bist du qualifiziert für die Vulcan League. Wenn du halt 5 mal so ein... Keine Ahnung, wenn du 5 mal so ein... Keine Ahnung, wenn du 5 mal so ein E-Li bekommst, ist egal... Ah, das war es dann an der Stelle komplett. Ja? Was hast du geschrieben? Was hast du geschrieben? Was hast du geschrieben? Ja? Was hast du geschrieben? Was hast du geschrieben? Ja. Vielen Dank. 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 I don't know. I don't know. Thank you. 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 Thanks. bisschen schlimmen. Daniel wird so einschlafen. Das Bett ist eh gemacht. Daher kann er da auch schlafen. Ja. 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 Ich spür dazu, ich bin immer so wie man sagt, ich kann nur 2000 Millimeter count, bis dem hier count, leider 3 Minuten ab, bis zu den Rewards, ach komm schon, also. 80. Minute, wenn der dann kein Tor schießt, ich versuche jetzt mal nochmal ein Tor zu schießen, damit das Ding safe ist. Also wir wechseln jetzt mal durch. Latsana und McKinney, die können nie nach jedem Spiel, na komm, wird der Friede kommen rein. Wenn ich wechsle, Leute, müsst ihr euch merken, immer dreimal. Also wir können jetzt... Second Leak, geht's um, der vier Dorf. Warte, 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 ich muss mal ganz kurz gucken, wie ich das sage, macht dann. Dezember, vierte Woche, okay Dezember, vierte Woche, zack, sind 21 zu 2, 21 zu 3, zack, das machen wir wieder, so, nächste Woche, aber, zack, ab in deine Story, das machen wir noch, dass was das gepostet ist, und dann können wir das auf New Weekend liegen, so, die Uhr warten jetzt da, so, die Uhr ist ja. Okay. Ja, ich mach gleich. Ja, geh jetzt. Ich bring's runter. Lass mich jetzt nur spielen. Es ist zwölf. Ja. Nein, ist okay. Also 21. Der Reihe wird diese DL gespielt. Ist okay. 24. Geht natürlich besser. Ja. Gold 1. Was wäre? So ein 8,5 Spiel. Hä? Ach, bis 1 oder was? Mann, nein, 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 nein. Dann gehen wir das ultimative raus, wieder rein. Warte mal, wir gucken mal. Geht natürlich besser. Gold 1. Tatsächlich geht das noch eine Stunde. Ach so. Oh. Okay, Leute. Warte mal. John, kein Zuckerfrau. Partie spielen. So. John spielt jetzt noch ein bisschen ein Match. Und dann können wir noch ganz easy ein Match-Game spielen. Hier, hier. suburban. Okay, grab. Aqui. Ja, genau. So. Okay. Alright, wir. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.